Jo, hi Leute, was geht ab? Willkommen zu dem nächsten Video. Ja, ähm, ich wollte euch sagen, warte, ah, ich gucke kurz was. Ach, ist nix, ich schalte halt einfach mein Handy aus. So, jetzt kann gar nix mehr kommen. Und Leute, ich wollte euch sagen, dass ich, ähm, Fraps LP heiße, ab jetzt. Äh, ja, hoffentlich gefällt der Name auch euch. Lasst ein Like dafür und, ja, heute spielen wir, ähm, heute spielen wir Five, nein, heute spielen wir, ja, Five Nights at Freddy's 4. Oh, Mann. Das Musik ist auch ganz schön gruselig. Und wir sollen den Teddy, äh, Freddys, ähm, Kind beschützen. Oh mein Gott. Was sind das denn für Geräusche? Da ist Freddys, ähm, Kind. Und hier ist Garderobe. Oh, was sind das denn für Geräusche? Oh mein Gott. Halt die Fris, was sind das denn für scheiß schneide Geräusche, ey. Mann. Mann, kannst du jetzt da Fris halten? Ich krieg Angst. Mann, ey. Ich hab ja auch nicht umsonst so aufgenommen, zum Erschrecken oder so. So. Hab 37 Abonnenten, Leute. Ein Abonnent mehr. Geil. Ihr seid so geil. Das war, das war, glaub ich, mein Freund von der Schule. Ja, das war mein Freund und, ja, und. Und er ist da am Schuh, Alter. Das ist viel. Oh mein Gott. Was sind das denn für scheiß Geräusche? Halt die Fris, äh. So welche Geräusche erlebe ich schon erst mal. Und ich mach den Tonleiser am besten. Ich kann nicht gucken. Oh, Leute. Ich muss das Tonleiser machen. Sorry. War da gerade jemand? Da war gerade jemand. Ich hab's gesehen. Der war neben Freddy. Also neben dem Baby, genau. Der war genau da. Genau da war er. Scheiße. Boah, nee, Leute. Ich muss das weiter machen. Hallo. Okay, okay, Leute. Ich bin ein Pussi und... Junge. Oh, Mann. Ich hasse den Spiel. Ich hasse den Spiel. Dritter Abend. Das gibt's doch nicht. Ich krieg' Angst. Ich krieg' Angst einfach. Da kommt gerade keiner. Und... Oh, Leute. Oh, Leute. Okay, ich muss jetzt langsam bei den Freddy gucken. Oh, oh, oh. Was war das denn, Leute? Nee, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's echt kritisch. Oh, Leute. Oh, Leute. Es wird kritisch. Vierter Abend. Oh, mein Gott. Was war das? Oh, Leute. Freddy. Ich muss echt Freddy beschützen, Leute. Ich muss ihn einfach beschützen. Und... Ja. Der hat die schöne Augen da. Und... Oh, ja. Oh, mein Gott. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar einfach. Leute. Ich mach' jeden Tag Videos. Denn... Bald haben wir Herbst. Wir gehen zwei Wochen. Endlich. Ich hasse Schule. Und ja. Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, Leute. Wachst mal, Leute. Einen kurzen Cut. So, Leute. Bin wieder da. Hi. Was geht's? Wir können jetzt auch den Ton lauter machen. Und... Ja, ich würde sagen... Ja, ich würde sagen... Barschadis 54. Barschadis 54. Barschadis 54. Wegen... Oh, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Wieso? Wie? Warum? Warum muss er das direkt petzen, ey? Ich hasse seine Schwester. Ehrlich? Ja, toll. Jetzt bin ich alleine. Jetzt muss ich immer alleine aufnehmen. Aber natürlich auch mal braun. Oder... Es bo 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 ba. Ja, also, ja. Die alle sind meine Freunde von YouTube. Also nicht in echt, als von YouTube nur. Und ja... Wartet mal. Okay. Das war viel. Und so... Alles sind für mich wieder mal... Eh, wieso sind alle für mich? Ja, ist... Hä? Ist klar? Ist alles klar? Nee, jetzt mach ich auspacken. Tschüss. 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 Ja, er hat's auch super Kräfte gemacht. So. Tschüss. Nein! Oh, nee. So, jetzt mach ich aber richtig ernst. Ja, Glück gehabt. Hat die Frisse. So. Ja, nicht mich schlagen. Tschüss. 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 Alter, wie schlecht der Typ ist. 9 zu 3. Oh, Mann. Tschüss. 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 Oh, nein. Bachschaddy54 war auch mein YouTube-Freund. Warum, ey? Warum? Oh, ich hasse seine Schwester, ey. Und der ist gerade in Klassenfahrt für 4 Tage. Am Freitag kommt er wieder. Und es ist nach 4 gehen am Montag. Und dann fahre ich auch zu Klassenfahrt, Leute, äh, gehen, Leute. Das heißt, es kommen 2 Tage keine Videos mehr. Es tut mir einfach leid. Aber in, aber nach, äh, Klassenfahrt mache ich wieder Videos. Das dauert nur 2 Tage. Also, ihr braucht nicht traurig sein. Das wird auch richtig Spaß machen. Oh, das wird so Spaß machen, ey. Wir gehen sogar in ein 4er-Zimmer. Das wird einfach geil sein. Alter, 15 zu 4. Wie schlecht ist der Typ so. Oh, nein. Oh, nein. Alter. Okay, okay. Ja, diese scheiße Reklame. Hi, Leute. Bin wieder da. Die Reklame kotzt mich echt an. Und wir haben gewonnen. Lachen wir ihn aus. So, wir campen jetzt noch einmal. Werden wir noch einmal gekämpft haben. Da gucken wir mal, wer alles on ist. Boah. Der ist ja aber auch gut. Ich schreibe mir viel Glück. Boah, halt die Frise 2er. Junge, geh mal weg, diese Ding hier. Hahaha. 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 Ich schreibe mir viel Glück. Oh, Mann. Ich hasse den Typ. Hahaha. Oh, ich muss immer so ausrasten, Leute. Sorry. Hoffentlich mache ich das bei meinen Freunden nicht gerne. So, tschüss. Hä? 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 Ja, 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 geil, Alter, Leute, habt ihr den Schuss gesehen gerade, halt die Fresse, oh Mann, wieso krieg ich Gelb erst so auch die ganze Zeit und so, Alter, nö, oh nee, tschüss, nein, halt die Schnauze, du Huren, sonst passt in so ein Alter, hm, deine Mutter, ey. Nein, ich will Tore machen, oh Leute, Alter, wie gruselig, okay, ja, schade, oh, ich kann aber von hier Geld nehmen, was, noch 20 Stunden, Alter, willst du mich verarschen, okay. Äh, wir gucken mal, wer alles on ist, nee, Wachter, die 55 ist ja on, das, nee, Barisch ist nicht on, Ivo, das ist mein Freund, ja, der ist auch nicht on, oh Mann, wieso sind die Leute nicht on, ey, Mar Braun ist ja on, ja, auch nicht. Alter, fast keiner ist hier on, ey. Snalp, nee, das ist von meinem Handy, der Beste, sehr on. Oh, nee, keiner ist on, ey, wieso hasst jeder, äh, Herzball. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare, ja, alles mögliche, dann. Ähm, Leute, ich heiße FrapsLP, nicht vergessen, ich bin Botsama, also, mein alter Name, der, der Name war irgendwie scheiße, mir hat das nicht so gefallen. Und, ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch oder schreibt in die Kommentare, jo, dann, bis zum nächsten Video, ciao. Ciao. Ach ja, ich danke euch mal, wegen die 37 Abonnenten. Hat mich so gefreut. Okay, dann, ciao.